Herzlich Willkommen zu unserem letzten Vlog hier von der Messe von der Agritechnica 2017 in Hannover. Es waren sieben anstrengende Tage für uns. Wir haben ja nicht nur für euch die Videos gedreht, sondern wir haben auch mega viele Termine hier, die wir noch einhalten mussten. Es hat uns trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, euch hat es auch relativ viel Spaß gemacht. Wir sehen das ja anhand der Klicks, anhand der Kommentare. Es wird sowas in naher Zukunft auch noch geben, denke ich. Genau. Wir überlegen jetzt schon mal für nächstes Jahr, was wir euch alles zeigen können, worauf wir euch mit der Kamera begleiten können, wo wir jedes Mal was Schönes darüber erzählen können. Und viele Gespräche mit Herstellern noch gehabt, die das Format selber an sich auch sehr, sehr gut finden. Das heißt, vielleicht können wir in Zukunft sowas mit Herstellern noch machen. Das würde sich anbieten. Das macht auch sehr viel Spaß, denke ich. Ansonsten werden wir uns jetzt nur noch verabschieden mit ein paar Bildern von der Messe. Eine Bitte habe ich aber auch noch an euch. Ihr habt es gesehen. Diese Reihe wird präsentiert von Ugly Pharma, das landwirtschaftliche Modelabel. Da einfach mal vorbeischauen. Das ist von uns. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten wünschen wir euch jetzt noch viel Spaß mit den letzten Bildern der Messe. Und ansonsten hier sehen wir uns auf der Messe erst in zwei Jahren wieder. Genau. Und wir erwarten jetzt noch in diesem Jahr ein paar richtig coole Videos. Wir planen ein Best-of-Bodenbearbeitung wieder, ein Best-of-Mais-Häckseln. Alle möglichen Videos noch, die wir in diesem Jahr gedreht haben. Da haben wir einiges noch nachzuholen und Produktvideos dabei. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar richtig coole Videos zu sein. Also ein bisschen was werden wir noch raushauen. Und damit? Ja bitte? Fragen werden wir auf jeden Fall noch, ich denke mal, nächstes Jahr beantworten. Ihr habt vieles zu. Equipment, wie filmen wir. Making Oswald hier haben. Werden wir alles machen. Also da haben wir richtig Bock drauf. Aber ich denke, es wird erst nächstes Jahr sein. Das Jahr ist rum. Das Wetter ist nicht mehr so super. Wir haben natürlich auch nichts mehr zu filmen. Deswegen wird es natürlich auf jeden Fall nächstes Jahr kommen. Jetzt wird es ja erstmal ein bisschen ruhiger. Aber wir werden euch weiterhin versorgen mit einigen Videos. Da wird einiges noch kommen. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, war es das. Vielen Dank. Alles Gute. Viel Spaß noch. Macht's gut. Vielen Dank. Bis dann.